Musik 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 Okay, also, alle zusammen, einmal die Schlafposition, einmal alle zusammen runter in die Kitsche folgen. Dann wirklich runter gehen. Und dann legt die Brühe. Den Oberflöckern will er auch in die Kitsche legen. Ohne festhalten. Kommt nochmal hoch. Kommt nochmal hoch. Und nochmal runter. Das wird mit dem ganzen Fuß stehen bleiben. Den Nebenalter ist auch nicht mehr gewünscht. Kommt nochmal runter. Alter, runter. Ja, Alter. So, lasst ihr euch gleich hier von der Schlafmarte wegziehen. Und ihr macht wirklich gar nichts. Ihr bleibt einfach nur unten und lasst euch ziehen. Die ganze Gerade nach, bis ihr da ganz hinten zu der ersten Kurven kommt. In den Kurven, da sind immer zwei Runden im Hohen. Hier vorne seht ihr die ein bisschen besser, dieses Bojen so. Dann müsst ihr immer durchfahren und die Kurven klacken. Okay? Also in den Bogen immer durch die große Bojen. Die Bojen liegt gleich ein bisschen rechts von euch. Heißt, wenn ihr das leichter links und es immer noch zuschleucht, müsst ihr dann nach rechts drüber lenken. Das macht ihr dann einfach. Denkt ihr euch nach rechts drüber lenken. Okay? Lenkt also durch Gewichtsverlangen. Wenn ihr dann in der Kurve drin seid, macht ihr nichts, außer euch ziehen lassen und fein bleiben. So einfach, dass was das Spaß ist. Okay? Ihr müsst nur zu diesen Bojen, wo ihr alles andere macht, die Anarchie durch. Macht ihr da hinten dreimal. Dann fahrt ihr diese Gegengrade und dann kommen hier auch immer zwei Kurven. Die zwei weißen Bojen hier vorne. Die sind nur dafür da, wenn ihr aussteigen wollt. Ihr fahrt also eure Runden. Ich würde sagen, ihr fahrt maximal drei Runden. Ihr seid eine ganz große Gruppe. Dann fahrt ihr immer durch die zwei weißen Bojen. Das ist das Zeichen, dass ihr aussteigen wollt. Lenkt dann hier nach außen zum Steg rüber. Und lasst die Leine bei dem Runden los, damit direkt der nächste einsteigen kann. Okay? So, jetzt ganz wichtig. Wenn ihr mal hinfallen solltet, ne? Passiert am Anfang schon mal. Als allererstes immer nach hinten schauen. Eine leere Leine. Wenn die auf euch zukommt, ne? Wenn die auf das Wasser titscht, die kann es nicht ausweichen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr dann da schnell wegschwimmt. Oder wenn ihr genau auf euch zukommt, einfach den Pop unter Wasser tauchen, ne? Dann müsst ihr das nicht vom Moment unter Wasser, nur den Pop unter Wasser legen. Dann schieben wir euch weg. Dann schwimmt ihr ganz schnell immer rechts raus. Ihr kommt überall zum Ufer. Ihr schwimmt immer direkt zum Ufer. Die Skier fallen von selber ab. Die schwimmen auch. Die schwimmen einfach vor euch weg. Und schwimmt dann hinterher. Schauen wir die mit dem? Ja. Die zweite Sache. Wenn vor euch einer liegt, ne? Dann pumpen wir das immer frühzeitig im großen Abstand. Wenn du jetzt links dran vorbeifahrst. Wenn das zu knapp ist, oder dann bist du unsicher. Auf jeden Fall loslassen, hinsetzen. Das ist die Notgabe. Wenn euch irgendwas nicht passt, wenn da irgendwas liegt, wenn irgendwas nicht stimmt, einfach die Hand loslassen, hinsetzen, steht ihr direkt. Und die zweite Sache, wir haben auch eben schon mal gesagt, ganz wichtig, die Hand, 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 das dürft ihr nicht benutzen. Dann kommt ihr im Regelfall auch nicht hin. Wenn ihr da trotzdem, warum, wenn man da auch zudenken sollst, hier vorne mal gar nicht gerade, einfach die Hand jetzt vorher loslassen, hinsetzen. Wer über die Rampen fährt, für den ist es direkt vorbei. Es gibt keine Tavaro oder sowas, der zieht sich direkt um. Die Rampen werden nicht gefahren. Es geht, ich sag euch, es geht ein Windfall-Ski und ihr landet zu 99 Prozent der Windfall-Fall-Fall-Fall-Fall. Die Skier sind nicht der Minimum, dass sie darüber fahren. Okay? Das ist nicht wichtig. Gut, alles klar, dann können wir jetzt mal direkt anfangen. Also, ich fahre jetzt mal nur... Ah, du schaffst halt. Ja, du schaffst halt. Ja, du schaffst halt. Ja, du schaffst halt. Ja, das ist so schön. Ja, du schaffst halt. peròner! Johannes! 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 Das war der klassische Anfängerfehl. Er hat sich nicht beim Staat, da bin ich nach hinten bin. Deswegen, er wird das nicht. Aber dann bleibt es hohe, da bleibt es nicht. Ok, ich habe nichts mit dem Weg. Ich habe nichts mit dem Weg. Wo ist denn der hier? Das war eine Frau. Wer sagt, dass wir vielleicht denken, wird es nicht mal ändern. Ich werde doch mal auf dem Hintergrund. Es ist so gut, es ist so gut! Jürgen, du hast gedacht! Bleib, du warst spannend! Ach, das ist ein Video? Hätte ich nicht gedacht. Ich würde jetzt nicht sehen. Komm, was da! Was da! Das war der zweite, das war der erste Mal da hinten ist, der zweite Mal ist, wenn ihr beim Schlaf hochkommt, wenn ihr den Hintergrund hochkommt, dann fallet ihr nach vorne. Wenn ihr in der Höhe seid, könnt ihr nicht nach vorne kommen. Oh, ich spiele immer noch. Krass. Wer ist denn, äh... Telekontor jetzt? Dominik. Dominik will ja... Ja. Jetzt kommen wir nicht. Super, dann machen wir das. Und wir haben... Die noche! Die sind, äh... Die sind, äh... Die sind, äh... Die sind, äh... Denkst. Däumen nach, die sind, äh... Tieren... No, der werden sie wieder. Die sind, äh, Sie haben gewonnen. Sie haben einfach gewonnen. Da sind ein, äh... Vielleicht beim ersten Mal! Ich kann jetzt von da hinten laufen! Ich glaube, die kommt da jetzt an! Guck mal! Ich bin vorne laufen! Ich bin vorne laufen! Ohne Besserheit! Ich habe mich vorgebracht! Guck! Guck! Rau, da! Die da hinten fallen lassen! Es ist auch ein Tor, es ist auch ein Tor! Wer geht? Auch nach hinten gefallen! Genau wie Paula! Das ist Hardi. Hey Sokma. Ich hätte dich quiero. Herr Sokma. Das war raus? Wusstet ihr das noch nicht? Du, aber da hinten geht es! Keine Spannung! Vielen Dank. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020